Heute möchte ich dich über einen Skandal informieren. Skandal? Ja, es geht um einen handfesten Skandal in Deutschland. Manche sagen sogar um einen handfesten legalen Betrug. Die Frage ist, bist auch du davon betroffen bzw. in welcher Höhe bist du davon betroffen? Für die Betroffenen ist das allerhöchste Eisenbahn- und Alarmstufe Rot, um nicht noch mehr Geld zu verlieren bzw. um nicht vielleicht sogar all ihr Erspartes zu verlieren. Fakt ist, es betrifft zig Millionen Sparer in Deutschland. Es gibt nicht wenige Experten, die es sogar so formulieren. Deutschlands größte Kapitalvernichtungsmaschinerie ist in Schieflage geraten, in extreme Schieflage geraten und sogar bereits unter Beobachtung. Du merkst auch, ich bin bei diesem Thema sehr, sehr ernst, weil es geht wirklich um sehr, sehr viel Geld und um sehr, sehr viele Betroffene. Wenn du auf keinen Fall Geld verlieren willst und prüfen willst, ob auch du bzw. in welcher Höhe du davon betroffen sein könntest, dann schau dir jetzt unbedingt dieses Video an. Hallo und herzlich willkommen bei Geld krisensicher anlegen. Mein Name ist Carsten Kublitz und du erfährst heute in diesem kurzen Video ZDF, das heißt Zahlen, Daten, Fakten, ob und in welcher Höhe du mit deinen Geldanlagen betroffen bist, bei diesem Skandal, der jetzt derzeit in Deutschland abläuft. Du bekommst jetzt hier Informationen, um für dich eine fundierte Entscheidung treffen zu können, um dein Geld doch noch zu retten. Und wenn du willst, kannst du dich auch hier unter diesem Video eintragen bzw. sogar schon anmelden für das Online-Training Geld krisensicher anlegen, der Turbo für deine Geldanlage. In diesem Online-Training geht es darum, moderne und krisensichere Alternativen kennenzulernen. Du kannst aber auch gerne mit mir sofort in Kontakt treten. Meine Telefonnummer ist 0172 351 4631 oder aber meine E-Mail-Adresse. Schreib mir einfach eine E-Mail. Info at carstenkoblitz.com Info at carstenkoblitz.com Aber diese Kontaktdaten findest du auch wieder unter diesem Video. Du kannst auch gerne unter diesem Video deine Meinung zu dem Ganzen schreiben, deine Erfahrung zu dem Ganzen. Vielleicht hast du ja auch eine ganz andere Meinung dazu. Ich bin gespannt darauf. Vielleicht kennst du ja auch noch Alternativen, die für alle anderen ein Segen sein könnten oder aber eben eine gesunde Alternative. So, und jetzt schau dir ganz genau an, ob und wie du betroffen bist und was du machen kannst. Viel Spaß dabei und ich wünsche dir eine Offenbarung bei dem Ganzen. Ja, es ist ein Skandal und ich habe es auch wirklich gesagt. Ich habe die Lebensversicherung infrage gestellt. Und zwar ist die Frage, ob eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung im heutigen Finanzmarktumfeld eine lukrative und sinnvolle Geldanlage ist oder doch eher eine Kapitalvernichtungsmaschine und vielleicht sogar legaler Betrug. Bilde dir deine eigene Meinung. Gebe dir selber die Antwort darauf. Ich möchte dir einige Fakten dazu liefern. Ich möchte dir den Tipp geben. Ich möchte versuchen, dich wach zu rütteln. Rette dein Vermögen, solange es noch geht. Schauen wir uns dazu einfach mal das Handelsblatt an und du wirst gleich schockiert sein von dem Ganzen. Und zwar hat das Handelsblatt geschrieben, finanzielle Probleme. Das Bundesfinanzministerium sieht mögliche finanzielle Probleme bei 34 Lebensversicherern in Deutschland. Mehr als ein Drittel steht unter, also mehr als ein Drittel der Lebensversicherer steht unter verschärfter Beobachter. Verbraucherschützer sind alarmiert. Und jetzt kommt das Alarmierende für dich. Dieser Artikel ist vom 27.06.2018. Hast du davon gehört? Hast du es gelesen? Hast du vielleicht sogar danach noch eine Lebensversicherung abgeschlossen? Ja, wie viele Lebensversicherungen sind seit dem 27.06.2018 abgeschlossen? Google das Ganze einfach mal selber. Alles, was ich dir hier sage, kannst du wie immer auf meinen Videos, kannst du nachrecherchieren, sind Fakten. Ich möchte dir Fakten an die Hand geben, wo du einfach für dich deine Verträge, deine Geldanlagen auf den Prüfstand stellst und kritisch auf den Prüfstand stellst und einfach mal schaust, bist du noch richtig investiert, bist du noch richtig unterwegs mit deinen Geldanlagen. Gibst das einfach ein und dann wirst du unter anderem dieses Ergebnis mitbekommen, nämlich die Information der Deutschen Lebensversicherung von 2019. Und dann hast du auf der rechten Seite dieses, ja, alles, was du da nachlesen kannst. Schau es dir in Ruhe an. Du wirst schockiert sein, obwohl seit, wie gesagt, 27.06.2018 gewarnt wird vor einigen Lebensversicherungen. Ja, es geht weiter. Analyse. Ein Viertel der Lebensversicherer hat Probleme. Vom 8. Juli 2020. Dann dasselbe nochmal vom 12.7. Und ganz neu gestern am Montag, den 13. Juli 2020. Lebensversicherer wackeln, was sie jetzt tun müssen. Also nimm es unbedingt ernst. Schau dir das Video unbedingt bis zum Schluss an. Über 70% der Deutschen sind in sehr, sehr viele Lebensversicherungen investiert. Schau einfach für dich, ob hier was dabei ist, wo du für dich was umsetzen kannst. Es geht noch weiter. Rettet die Sparer jeder Vierte? Das haben wir schon gelesen. Und die Frage für uns alle, die wir jemals in Lebensversicherungen oder Rentenversicherungen investiert haben oder sogar noch investiert sind, sind wir abgesichert oder werden wir abgezockt? Das Ziel dieses Videos ist, dass du dir nach diesem Video selber diese Frage beantworten kannst, selber deine Entscheidung für dich treffen kannst. Eine Frage an dich. Ist es nicht eine der wichtigsten Aufgaben in der heutigen Finanzmarktsituation, Vermögen krisensicher aufzubauen und dieses auch dauerhaft und krisensicher gegen Kaufkraftverlust, gegen Inflation und so weiter zu schützen? Mal ganz ehrlich, glaubst du, deine Familie und du verdienen das nicht auch? Dann kommen wir nochmal auf das Thema Lebensversicherung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch eine hast. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil es gibt da sehr, sehr viele Polisen auf dem Markt. Falls du eine hast oder falls du jemanden kennst, der eine hat, dann frag ihn doch ganz einfach mal, habe ich ja schon mal was vom Paragraf 314 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gehört hat. Früher war er bekannt unter dem Paragraf 89. Das ist der Punkt, ja, den ich als Vermittler, ich bin seit 1990 im Markt, mir hat keiner meiner Anbieter, meiner Versicherungspartner in der Vergangenheit gesagt oder hat mich auf diesen Paragraf hingewiesen und ich behaupte, dass ein Großteil der Makler, der Versicherungsberater auch diesen Paragraf nicht kennen, sonst würden sie ihren Kunden zumindest heutzutage anders beraten. Ich möchte jetzt nicht so intensiv darauf eingehen, das mache ich in anderen Videos, was hier der Hintergrund dieses Paragrafen ist. Auf jeden Fall geht es um das Thema Zahlungsverbot, wenn eine Versicherung in Schieflage bekommt. Sie können Leistung herabsetzen und der Hammer an dem Ganzen, du musst trotzdem deine Beiträge weiterzahlen. Google bitte selber, informiere dich selber dazu und du wirst überrascht sein. Ganz großer Tipp, alles was du irgendwo erfährst, informiere dich selber dazu. Noch ein Nachteil von Lebensversicherung ist ja, viele wissen nicht, wenn sie beispielsweise 100 Euro oder 200 oder 50 Euro, egal wie hoch dein monatlicher Sparinvestition in einer Versicherung ist, wissen viele gar nicht, dass sie nicht auf diese 100 Euro Zinsen bekommen, sondern sie denken, sie zahlen 100 Euro ein, das 12 Monate mal ihre Laufzeit. Meistens ist das ja sehr langfristig für die Altersversorge, wo man 30, 40 Jahre einzahlt und dann denkt, man kriegt einen fetten Batzen Geld ausgezahlt. Das Ganze hat mal funktioniert, muss ich ganz klar sagen. In den 80ern, vielleicht sogar noch bis Mitte der 90er, waren das Anlagen, die ganz normal waren, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, die dazu geeignet waren, einen Teil der Versorgungslücke im Alter aufzufangen. Aber schauen wir mal, ob das heute wirklich noch sinnvoll und lukrativ ist. Weil, es kommt hinzu, nur ca. 70 bis 80% des Policenbeitrages, also dieser 100 Euro oder was auch immer du einsparst in diese Lebensversicherung, nur 70 bis 80%, das wären in dem Fall nur 70 oder 80 Euro, das steht hier nochmal, der Sparanteil, nur darauf bekommst du Zinsen. Und das ist natürlich der Hammer, weil das bedeutet, du hast Kosten jeden Monat von 20 bis 30 Euro, also 20 bis 30% Kosten auf diese Versicherung. Wusstest du das? Hat dir das jemals irgendjemand gesagt? Hast du das für dich geprüft? Prüfe es bitte nach, ob das so ist. Schau einfach mal nach, wie lange hast du schon investiert? Wie viel hast du einbezahlt? Und was bekommst du jedes Jahr von der Versicherung ausgeliefert an Rückkaufswert? Was wäre jetzt drin? Und dann stell dir ganz kritisch die Frage, ist das Ding wirklich noch sinnvoll oder eben nicht? Wichtig ist, dass du ab sofort weißt, das was du einzahlst, das ist nicht der Betrag, wo du Zinsen und Rendite darauf bekommst, sondern nur 70 bis 80% sind Sparanteil, je nachdem, welche Versicherung du hast. Wenn du eine einigermaßen gute hast, also eine, die heute noch nicht in der Überprüfung ist, dann hast du 80% Sparanteil. Wenn du bei einer der weniger guten bist, dann hast du eben nur 70% Sparanteil. Schauen wir uns die Verzinsung an. Ich sagte gerade, in den 80er und 90ern, da war das alles noch okay. Da gab es auch noch Zinsen, ordentlich zwischen 6 und 8%. War damals sehr lukrativ, aber dann ging das eben rapide abwärts, das Ganze mit dem Zinssatz. Und heute sind wir noch weiter drunter. Die Frage ist auch, wo sollen die Zinsen herkommen? Wenn du von diesen Zinsen noch die Inflation abziehst, egal ob du jetzt sagst 3% oder 4%, weißt du, dass du, und die offizielle Inflation ist ja 1,5%, viele sagen, die tatsächliche ist 3%, manche sagen sogar 6%, jetzt ziel mal von diesem Zinssatz nochmal 3% oder 6% ab. Von deinem mickrischen Sparanteil sowieso, dann weißt du, was am Ende bei rauskommt. Die Frage ist, wie sollen die Lebensversicherer beim derzeitigen Finanzmarktumfeld auch nur ansatzweise das Leistungsversprechen, welches sie dir als Kunden gegeben haben, einhalten? Und vergiss bitte nicht das Thema Inflation dabei. Ja, warum gehe ich so intensiv darauf ein? Warum war es mir wichtig, dieses Video schnell zu drehen? Weil die Deutschen, du siehst es hier, das ist das Geldvermögen privater Haushalte im Jahre 2018. Und von diesen 6,2 Billionen Euro stecken 1907 Milliarden Euro in Lebensversicherung und in Rentenversicherung. Deswegen, also es betrifft nahezu jeden Haushalt. Bitte wach auf und mach was. Was heißt das nämlich übersetzt im Klartext für dich? Mit einer Lebensversicherung, einer Rentenversicherung oder ähnlichen. Aber das betrifft auch das Thema Sparbuch und Bausparvertrag, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Befindest du dich im heutigen Finanzmarkt immer im Minus? Ich wiederhole, immer befindest du dich in der heutigen Finanzmarktsituation immer im Minus mit solchen Anlagen. Einfach aufgrund der hohen Kosten, die wir uns gerade angeschaut haben, des niedrigen Zinsumfeldes und der Inflation. Das verdau bitte erstmal für dich. Ja, du hast mit so einer Geldanlageform, deswegen in Anführungszeichen, dass überhaupt noch eine Geldanlageform heutzutage bezeichnet werden kann oder nicht doch legaler Betrug ist. Du hast damit absolut keine Chance, Vermögen aufzubauen. Werde dir dessen bewusst. Wirklich keine Chance. Hör endlich auf damit, dein Geld zu verbrennen. Beschäftige dich intensiv mit dem Thema Geld investieren und was dir mehr bringt. Was gibt es für Alternativen und wie kannst du dein Vermögen schützen? Wie kannst du langfristig für dich und deine Liebsten wirklich Vermögen dauerhaft aufbauen? Weil du hast noch ein nächstes Problem. Angenommen, der Euro kräscht irgendwann, wo ja über 70% der Bundesbürger dann glauben, dass irgendwann der Euro zerbricht. Oder aber, das aktuelle Finanzsystem sich ändert. Auch das sieht ja so aus. Ich meine, aktuell Corona, wir waren vorher schon weltweit, hatten wir Staatsschulden aufgebaut und jetzt durch Corona müssen die Unternehmen, müssen viele noch mehr gestützt und unterstützt werden. Es wird weiterhin Geld gedruckt, ohne Ende. Die Frage ist, wie wirkt sich das dauerhaft auf das Finanzsystem und auf deine Geldanlagen aus? Welche Anlagen wären in einer solchen Situation dann bei dir betroffen? Schauen wir uns das mal kurz an. Wir haben schon gesehen, über 73% der Gelder der deutschen Haushalte sind in diesen Anlagen hier investiert. Heute geht es aber um das Thema Lebensversicherung, Pensionsversicherung und Rentenversicherung. Und all diese Anlagen sind in diesem Fall, wenn der Euro zerbricht oder wenn das aktuelle Finanzsystem sich ändert. Ändert heißt, verschlechtert, Inflation noch größer wird oder ja, was auch immer. Dann hast du mit diesen Anlagen noch einmal, wie sagt man, den schwarzen Peter gezogen und das ist, du hast Verluste ohne Ende. Du kannst es dir heute noch gar nicht vorstellen, was du dort für Verluste haben wirst. Auch hierzu werde ich in Zukunft weitere Videos nochmal mit machen, nochmal intensiver und tiefer mit drauf eingehen. Stell dir bitte auch mal die Frage, wie machen es die Reichen, die Superreichen, die Wohlhabenden, investieren die ihren größten Anteil des Geldes in Lebensversicherungen? Ich glaube nicht. Auch nicht in Bausparverträge, in Riesterrenten und in Sparbüchern. Weil das nächste Problem ist ja, kennst du irgendjemanden, der mit Lebensversicherung reich geworden ist? Ja, die Frage ist, wie kannst du in Zukunft Vermögen werthaltig aufbauen und sichern? Wenn du Fragen dazu hast, schau dir meine Videos weiterhin mit an. Melde dich an zu dem Online-Webinar, was ich dafür gemacht habe. Investiere Zeit, informiere dich, weil es gibt Alternativen. Das ist die positive Nachricht an dem Ganzen. Es gibt wirklich Alternativen, die für dich sehr interessant sind. Und stell dir nochmal die Frage, wenn es eine Anlageform geben würde, die sicher ist, rentabel, also wesentlich mehr als eine Lebensversicherung bringt, die ja wirklich gar nichts bringt, wo du nur Geld zum Fenster rausschmeißt, die flexibel ist, wo du jederzeit aufhören kannst, mit Einzahlung unterbrechen kannst, wo du keine festen Laufzeiten hast, wo du Geld rausnehmen kannst und so weiter. Das kannst du alles bei Versicherungen nicht, die steuerfrei nach einem Jahr ist und zudem noch äußerst kostengünstig, also bei weitem keine 20 oder 30 Prozent dich kostet. Dann würde doch, wenn es so eine Anlage geben, dann würde doch wahrscheinlich jeder in diese Anlageform investieren. Richtig? Die Frage ist, du auch. Stell dir diese Frage. Ja, zur Erinnerung, wozu machen viele Lebensversicherung und Pensionsversicherung, Rentenversicherung und so weiter, ein wesentlicher Punkt ist immer das Thema, gibt es die gesetzliche Rente noch, wenn du in Rente gehen wirst? Das wissen wir alle nicht. Wir wissen auch nicht, in welcher Höhe. Es wird immer irgendeine Lücke im Alter da sein. Und wie willst du diese Lücke schließen? Mit einer Lebensversicherung geht sowas definitiv nicht mehr. Wie willst du dieses Problem für dich lösen? Wenn du willst, bekommst du von mir einen umsetzbaren Plan an die Hand, wie du dein Geld dauerhaft, werthaltig, kostengünstig für die Zukunft sichern und wachsen lässt? Entweder du trägst dich ein auf meinem Online-Webinar, bekommst dort mehr Informationen oder du nimmst einfach mit mir Kontakt auf und wir sprechen individuell über deine Situation. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Empfehle mich auch gerne weiter. Stell deine Fragen hier im Kommentar oder ruf mich oder nimm direkt mit mir Kontakt auf per Mail, per Telefon, wie du möchtest. Und vielleicht hast du auch eine ganz andere Meinung dazu. Das ist ja jetzt nur meine Meinung. Vielleicht hast du Argumente, die gegen mich sprechen, die für Lebensversicherung sprechen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Ich bin gespannt. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und gute Anlage.